Moment Wieso? Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Ah Da Oh, ich habe die Kiste am Anfang verpasst, deswegen Daher kommt's Kam ich da her? Hm Hm Okay, ich kann das auch rausfinden Ohne direkt Aha Aha Achso, das ist jetzt 20% mehr Ja Test 2013 Shit Noch muss ich die Eier zerstören Hm 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 Da ist noch mehr Blut Okay Hm Hm Noch mehr Oh, kann ich hier die Kann ich die Brücke runterlassen? Wunderbar Wunderbar, Ausgang Ansonsten da geht's nicht raus, hier ist nichts mehr zu finden Dann versuchen wir es mal hier entlang Ja Hoppla Ja Das war semi-optimal Aber das ist auch egal Okay Okay Könnten noch ein wenig hier die Höhle erkunden Ich speichere nochmal nicht, dass wir gleich in so ein 4 reinlaufen Aber hier müssen irgendwo noch die die Eier sein, die ich zerstören muss Deswegen wundere ich mich grad ein bisschen Pilze unter Wasser Pilze unter Wasser Auch mal Pilze unter Wasser Da drüben Ich muss hier lang Und da hoch Da oben Da oben Merkwürdig Ah Aha Jetzt auf einmal Aber hier war ich doch schon Giftig Hm So Wo finde ich denn jetzt noch die anderen Eier? Wo finde ich denn jetzt noch die anderen Eier? Auf jeden Fall Komme ich da nicht weiter, weil das zu stark für mich ist Ärgerlich das Ganze Sehr ärgerlich Da haben wir auch noch ein Fragezeichen Hier ist noch eins Hier ist noch eins, aber da kann ich auch noch nicht hin Na gut 26 Das ist doch einer, den ich jetzt machen kann Tut mir leid dafür, dass ich den jetzt gerade nicht machen kann, aber Sicher Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher, ne? Würde bedeuten, dass das Vieh aus seinem Ding rausgekommen ist Gehe ich noch ein bisschen was davon mit Gehe ich noch ein bisschen was davon mit Jetzt geht's zurück am Ufer entlang zum Mehr oder weniger Ufer Zurück Zurück zum Fast Travel Point Damit ich Dann, äh Jetzt das Boot nach Skelliger nehmen kann Obwohl Obwohl der Den Drunk können wir noch machen Den Ruder allerdings nicht Das ist Das Vieh ist zu stark für uns Und das um noch einiges Das ist Dann wollen wir doch mal sehen Dann wollen wir doch mal sehen Nein Das ist Okay. okay ich bin ja wieder in einer ganz anderen stadt da ist das ja nicht so weit auseinander vergesse ich immer wieder ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja Vielen Dank. Sehr positif, die Frau. Sehr positif, die Frau. Wo ist denn hier der... Da ist er, Friseur. Ups. Hm. 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 Ja, mit der Maske ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich denke mal... Ah, ich wollte von diesem... Königlichen Gottletten weg. Ja. Okay. Ja. Ja. Vielen Dank. Jetzt auf einmal, oder was? Entschuldigung. Alles klar. Läuft doch. Get drunk. Ja gut, wenn ein Vampir betrunken werden will, ohne selbst was zu trinken, dann brauche er... Okay, da komme ich nicht durch. Warum auch immer. Dann... Oh, dass ich wohl wen betrunken dann. Ja... wirklich... Das war's für heute. 50, weißt du, der anderen gebe ich 40 für Essen, was ewig lang halten soll. Und der singt. Ah. Ah. Da muss ich mich jetzt so... Aber ich kann keinen Schritt schnell gehen, Junge, Junge. Okay. 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 Ist das ein Hallo Wach? Da. Key Required Ich nehm mal an, nicht solange das Fenster da oben aufsteht. Warum schließen Leute überhaupt ab, wenn sie dann... Ich hab immer noch kein Vampirgift, ne? Hangman's Werner... Aber kein... Ich hab immer noch kein Vampirgift. Oder? Ich hab immer noch kein Vampirgift. Komm schon, Mann. Hm... Jetzt schneid ich mir wieder hier eine Trophäe ab. Wunderbar. Wunderbar. War tatsächlich nicht so das große Problem. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Hier, hier, hier. Schön? Dann almost. das doch ok das wird wohl tatsächlich mein letzter Auftrag fürs erste hier gewesen sein denn die sind alle woanders die sind zwar hier aber zu hoch wohl 33 könnte ich noch A Missing Brother äh Treasure Hunt zu hoch oder woanders so kein Bock den einen Kerl nüchtern zu bekommen dass er das Schiff nicht versenkt während ich drauf bin deswegen deswegen